Musik Mal schauen wo die Hacker sind Ich nehme jetzt spontan auf Ich möchte die nur begegnen eigentlich Oh Gott Nein, stirbt doch Oh, das war er doch Hier, nein warte, lass mich am Leben Da, da ist der Hacker So, das habe ich jetzt einmal auf Video Ja, wieder Geil So, jetzt da unten ist er Bam, hat Schock gegeben Es sind zwei Es sind zwei Hacker hier auf dem Zoo Oh mein Gott, oh mein Gott Was machen wir? Oh, der wurde gekillt, der Hacker Ich habe ihn auch einmal eingeladet, den Hacker Wo ist der Hacker? Da ist er wieder gewesen Ja, Alter, der weiß es genau Ja, das ist der Hacker Der weiß es genau Nicht um den Hacker kommt Und geht mir instan Was? Alter, hier ist So, guck mal Auf die Tür gestarrt Nicht mal eine Millisekunde Und ich überdauere Ja, nice, Cheater Du darfst ja gerne reporten Da ist er Und tot Ja, der muss mir einen Hacker geben Gut, guck mal Ich muss Jawohl, natürlich Also, jetzt Ja, boom, tot Alter, der weiß genau Oh, ich komme Er ist tot Alter Jetzt, wenn ich um die Ecke komme Oh, er ist tot Ich bin auch tot Ja, klar, ist tot Knusper, genau Knusper Mit Q geschrieben Ist der andere Hacker Mal schauen Den haben wir noch nicht begegnet Oh nein Ja, aber Ja, okay, auch was. Ja! Hey, das war knusper, aber das sah nicht irgendwie zu mir, gar irgendwie gerade davor hat das aufgemacht getroffen. Hä, lol? Was spawnt hinter mir? Oh, wieder von der Seite, logisch. Muss ich mir den Hecker nochmal weggegeben? Da ist er doch bestimmt. Schlecht, boom. Ja. Der hat ihn in eine Richtung geschaut und schon war ich down. Lefzig. Oh, ich hab den Hecker getötet. Ha, so nimmst du es. Und da war der andere, normalerweise. Ich weiß nicht, ob er... Ja, aber der Knusper macht mir jetzt keinen Eindruck. Der hat genau das gleiche gemacht, sich 360 Grad im Kreis gedreht und mich immer geheadshotet. Jetzt schießt er wie ein normaler Mensch. Ja, natürlich macht er einen 3er-Kill, ne? In einer Sekunde. Alter. Nein, ich kriege mich nicht. Nein, ich kriege mich nicht. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020